Jo Leute, herzlich willkommen heute zu einem wichtigen Infovideo und zwar nicht weil verstehen was ihr im Titel lest, ich quitte diesen Kanal natürlich nicht, ich quitte nur auf diesem Kanal ganz SG. Also es kann mal sein, dass ich irgendwie SG im Hintergrund als Gameplay benutze, aber hier sollte es eigentlich nur Projekte geben. Und also wirklich hier auf diesem Kanal wird es nur noch Projekte geben, Let's Plays, auch Let's Play Together kann mal kommen. Und da ist auch viele nicht interessiert und auf diesem Kanal auch inaktiv sind, das verstehe ich natürlich, denn es ist auch für manche halt wirklich oder für viele auch nicht interessant. Und ja, ich mag es auch zwar sehr SG aufzunehmen, aber ich habe keine Lust das halt so sehr zu mischen mit PvP und diesen Modpacks Projekten und deswegen werden hier Modpacks und Let's Plays eher auf diesem Channel kommen. Und ich habe da eine wichtige Info und zwar habe ich einen neuen Kanal gemacht, Outlaw Returns. Der ist für Survival Games ausgelegt, Hive SG, GOMSG, alles halt. Und kann auch sein, dass mal One vs. One und ist halt ein Full PvP Channel und ich habe mir da auch viel Mühe gegeben. Ich habe jetzt ein Intro bekommen und von diesen ganzen Leuten, die sind auf jeden Fall in der nächsten Beschreibung. Da sage ich auch Bescheid, wer mir die gemacht hat, wer das halt, ja, wer es mir gemacht hat und wer dann auch sehen will oder kann auch diese Channels besuchen will, kann man auch, glaube ich, was kaufen oder so. Also ich habe die halt alle umsonst bekommen, deswegen ist es auch nett von diesen Leuten. Sehr nett, freut mich auf jeden Fall wirklich, dass sie mich da unterstützt haben. Und ja, also schaut auf dem Kanal vorbei, Outlaw Returns, da wird es nur PvP geben und das ist halt eher so ein neuer Channel und dieser Channel wird dann eher auf, ja, so Projekte, Trolling-Projekte und sowas ausgelegt. Und deswegen halt auf dem anderen kommt einfach nur SG und ja, damit ist Taser Games natürlich auch geschlossen, denn es werden viel bessere Videos werden, da ich jetzt auch meine Grafikkarte habe und dann in den nächsten Tagen das Video aufnehme, also ein Video für den Kanal. Und ja, freut euch drauf, ist, ja, ich werde auf jeden Fall viel mehr Arbeit in die Videos stecken, dass es auch, wer soll man sagen, ansehnlich ist, vielleicht mal was Lustiges, mal schauen halt. Auf jeden Fall soll es unterhaltsam sein und jo, ich hoffe ihr versteht das und ihr könnt ja in die Comments schreiben, also dieser Kanal ist nicht ganz gequittet, sagen wir so, es ist einfach nur, hier kommen noch Projekte drauf wie Agarion und so weiter und was danach kommt. Da muss man noch warten, dass, ja, da kommt vielleicht noch so Spaßvideos oder so, mal schauen oder irgendwelche anderen Let's Base wie Bad Wars oder so, was halt nicht so gerne geschaut wird, aber was auch gerne aufnehmen. Also wie gesagt, Outlaw Returns gibt es SG und einfach viel drumherum und PvP und jo. So, deswegen schaut unten in die Beschreibung, Outlaw Returns und guckt auf den Kanal, lasst na, Bruder. Und wenn es euch, aber nur wenn es euch wirklich interessiert und gefällt und ich hoffe ihr bleibt auch aktiv. Und ja, und jeder der das Video jetzt mal sieht, ich würde gerne mal wissen, wer alles meine Videos schaut und wie meine Quote eigentlich so ist, deswegen kommentiert mal wenigstens, das habe ich gesehen. Oder auch wenn ihr als erstes, also ganz neu auf meinem Kanal seid, wäre wirklich mal nett, wenn ihr mal was kommentiert und vielleicht mal eine positive Bewertung gibt, damit ich mal wissen kann, wie viele meine Videos schauen und wie viele meine Videos gefallen. Das würde mich einfach mal so interessieren, wäre wirklich nett, müsst ihr nicht, aber wäre wirklich cool. Deswegen sage ich mal, haut rein und schaut in die Beschreibung und wir sehen es bei dem anderen Kanal und hier natürlich auch drauf, weiter mit Agarion. Ciao.